Club Mondkind ist eine Anlaufstelle für betroffene Familien. Das Hauptanliegen ist, umfassend über Bettnässen zu informieren und den Eltern mögliche Wege aus der belastenden Situation zu zeigen. Club Mondkind ist als Verein organisiert und ist eine Anlaufstelle für Familien mit bettnässenden Kindern und auch eine Plattform für spezialisiertes bzw. interessiertes Fachpublikum. Wesentliche Anliegen des Clubs sind es, den Familien zu vermitteln, dass rasche Abklärung sowie Behandlung wichtig sind, um psychosoziale Folgeschäden zu verhindern, dass Bettnässen sehr gut behandelbar ist und dass weder Kind noch Eltern schuld am nächtlichen Einnässen haben. Club Mondkind informiert. Wir bieten umfassende Informationen, denn durch das Wissen können wir die Eltern dazu bringen, auch wirklich Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und Club Mondkind sagt den Familien, wo sie diese Hilfe finden können. Wir verfügen über ein österreichweites Netzwerk an Spezialisten. Das sind niedergelassene Fachärzte, das sind spezialisierte Ambulanzen an Spezialern und das sind Psychologen, die Bettnässen und Kinder betreuen. Und wir sagen den Familien, wo der Spezialist in ihrer Nähe zu finden ist. Das heißt, wir vermitteln den Familien rasche Hilfe oder wir verhelfen den Familien, zu einer raschen Lösung zu kommen. Die Informationsmedien sind eine Homepage www.clubmondkind.at, ein Infopaket, eine Elternbroschüre und ein Club-Telefon. Also die sehr viele Familien möchten sich zum ersten Mal anonym informieren. Diese Homepage enthält Informationen über Bettnässen allgemein, Häufigkeiten, Ursachen, mögliche Ursachen, Diagnose, Behandlungsoptionen, Verhaltensempfehlungen während der Therapie. Wir haben ein Chatforum eingerichtet, wo sich die Eltern auch untereinander austauschen können. Wir haben auch für Kinder Angebote, wir haben zum Beispiel ein Gute-Nacht-Spiel, bei dem sich die Kinder spielerisch informieren können, spielerisch lernen können. Wir verschicken ein kostenloses Informationspaket und wir sind per E-Mail erreichbar bzw. stehen zweimal in der Woche über ein Beratungstelefon zur Verfügung. Vielen Dank.